Demonslayer, das Fazit. Fangen wir mit dem Geschichtenmodus an. Es ist leider, muss ich sagen, wie beim letzten Storm Game, dass ihr hier so einen Baum habt und ja, den müsst ihr sozusagen durcharbeiten. Ich habe über einen S-Rang nur hier nicht, weil mir diese Side-Missions zu nervig sind, obwohl ich mir gedacht habe, endlich mal so Mini-Game-Side-Quest-Dinger, aber es gibt insgesamt nur zwei Stück in acht Kapiteln. Jedes Mal, wenn ihr eine Story komplett durch habt, dann erscheint hier noch so ein Extra-Boss. Für den gibt es dann normal und schwer als Schwierigkeitsgrad. Und in diesen Dingern, also diese roten Icons, sage ich jetzt mal, läuft ihr auf einer Map rum, beziehungsweise es ist irgendwas Story-related. Und das wurde, ja, kürzer gemacht. Also es ist nicht die komplette Anime-Fassung. Da müsst ihr, wenn ihr alles über den Anime wissen wollt, falls ihr den nicht geschaut habt, was eigentlich nicht der Fall ist, wenn ihr dieses Spiel spielt, müsst ihr dann wieder zurück zum Story-Baum und dann seht ihr so rote Ausrufezeichen von wegen, welche Cutszenen habe ich noch nicht gesehen. So, zu 90% steuert ihr Tanjiro und es gibt auch kleine Sequenzen, da seid ihr Zenitsu oder, keine Ahnung, Inosuke. Und das Problem ist aber, die Maps, die sind sehr, sehr klein. Die Charaktere laufen sehr langsam und mehr als laufen, um diese Punkte zu bekommen. Diese, ich habe vergessen, wie die heißen, um Punkte zu bekommen, Erinnerungsfragmente, Sidequiz, Side-Ausrufezeichen, also Side-Dialoge, damit ihr auch wirklich den S rankriegt. Und dann halt, Scenes für die Hauptstory ist da nichts. Das ist sehr, sehr kurz gehalten. Sehr, sehr wenig. Im Endeffekt, im Endeffekt war das meiner Meinung nach unnötige Extra-Arbeit, weil so wenig Map, wie ihr habt und so wenig, wie ihr auf dieser Map dann tatsächlich machen könnt. Ihr könnt nicht mal rennen, ihr könnt einfach nur laufen. Das heißt, ihr müsst damit klarkommen, dass der Charakter, weil sie sich in Slow-Motion rennt und so müsst ihr durch die ganze Map durch, bis ihr irgendwas triggert. Die Sammelpunkte sind auch nicht wirklich schwer zu finden. Also meiner Meinung nach hätten sie einfach nur direkt Kampf hinter Kampf hinter Kampf mit Cutscenes rein, dann wäre das Ganze schneller gewesen und sie hätten vielen unnötigen, ich sag jetzt mal Müll, einfach weggelassen. Und jetzt seht ihr wahrscheinlich die größte Map in Game. Also das Witzige ist, das zeigt so zwei Wege an, aber man hätte gar nicht von dort aus hoch können und von dort aus runter geht auch nicht, weil der dann sagt, ich muss diesen Weg durch. So, kann man irgendwie, ja genau. So, dann müsst ihr halt hier zum Beispiel an das eine Ende für ein Ausrufezeichen, da ans andere. Also ganz simpel gehalten und dann kommt ihr hier durch und dann gibt es schon den ersten Boss-Fight. Und natürlich könnt ihr da nicht komplett durchbrushen, weil, ähm, weil dann immer so Sub-Bosse kommen, so einfach Gegner, die tauchen dann einfach auf und so, aber, und, ja, und so müsst ihr die ganze Zeit durchrennen und dann gibt es hier so gelbleuchtende Dinger, das sind diese Kimetsu-Punkte heißen die. Und die benutzt man Belohnung, genau. Je nachdem, wie viel ihr in der Story geschafft habt, kriegt ihr hier pro Kapitel und, äh, die Dinger, die ihr nicht freigeschaltet habt, sind dunkelblau und dann steht hier zum Beispiel dieses dunkelblaue Ding, 4.000 oder 2.000 zum, ähm, bezahlen, zum freischalten. Und da oben seht ihr es, ich habe 8.900. Und ich habe aber schon alle, also, ja. Das wäre das. Dazu dann machen wir, also Archiv. Tutorials ist halt, wenn man einfach theoretisch nochmal alles durchgehen will, so, ich bin eher der Praxistyp, ich gehe lieber in P-Mode und gucke mir das da an, aber gut, dass es das gibt. Dann hier, was ihr so erreicht habt, was ihr freigeschaltet habt, bla bla bla. Trainingsmodus, Trainingsmodus hat zu wenig zu bieten und im Versus-Modus gibt es halt Online-Kampf, Offline-Kampf, ich finde es gut, dass die das hier reingebombt haben und nicht direkt als ein Hauptmenüpunkt, weil es sowieso nur wirklich Versus-Kampf ist. Na, Offline-Kampf, Übungskampf und Jiga-ID, das ist halt euer, eure Karte für Online-Matches. So, dann gehen wir mal in Training rein. Ähm, Training ist nicht der Trainingsmodus, das ist praktisch nur, ihr habt immer einen Lehrer, einen Gegner, so wie bei Xenoverse, müsst ihr das euch vorstellen, aber ihr lernt nicht wirklich irgendwelche Techniken für einen eigenen Charakter oder so. Was ihr hier macht, ist, ihr habt drei verschiedene Bedingungen, die ihr dann während des Kampfes, ähm, erfüllen müsst und dafür kriegt ihr dann diese Kimetsu-Punkte und, wenn ihr das halt spielt, kriegt ihr nicht nur die Punkte, sondern halt einfach Kampferfahrung, also, aber, es ist eigentlich bei jedem Gegner überall das gleiche, ihr müsst nur einmal rausfinden, okay, welche Techniken benutzt der und das war's dann auch schon. Also, ich hab das jetzt nur gemacht, damit ich genug Kimetsu-Punkte hab, um, um alles freizuschalten. Für alles andere ist es praktisch sinnlos. So, jetzt, wenn wir jetzt in Versus-Modus gehen und dann, ähm, Übungskampf, das ist, das, der eigentliche Trainings-Modus, ähm, wir nehmen jetzt mal hier die zwei, die hab ich am, letztes Spiel gesagt, ich hab, ich hab, ich weiß nicht, über eine Stunde, vielleicht eine Stunde, vielleicht zwei Stunden ranked aufgenommen, alles einzeln, das muss ich noch alles zusammenschneiden, ähm, für den ersten, nächsten Rang, den ich erreicht hab. So, und, das, was ich im ersten Teil besprochen hab, von wegen, dass so viel auf dem Screen los ist, deswegen hab ich wirklich, ich dachte zuerst, ich übertreibe, aber das war wirklich so, dass, so, hier, wenn, wenn das jetzt ein Assist ist, ja, wenn, wenn, jetzt hier, Keine Ahnung, wenn ich jetzt hier Kombo mach, so, das, es ist einfach zu viel los, also, ich war manchmal in Position, da hab ich, allein wegen diesem Assist nichts gesehen, und wusste nicht, was ich machen soll, ähm, dann, ähm, hier, ähm, weil ich gesagt hab, der Übungsmodus hat zu wenig zu bieten, Kommandoliste, Einstellung, Charakterauswahl, zurück zum Menü, das ist also nichts, ähm, dann hier, Gesundheitsanzeige, also die ganzen Anzeigen, ob die auf Max sein sollen, oder nicht, und dann, ob ihr, ähm, Computer, also, stillstehen, den Gegner wollt, ein CPU, je nach Schwierigkeitsgrad, oder, den zweiten Player, so, hier könnt ihr Verteidigung, äh, von wegen Blockstrings testen, oder die ganze Zeit Abwehr für Abwehrbrecher, den Abwehrbrecher könnt ihr aktivieren, oder deaktivieren, und dann, schnelle Erholung, ähm, ja oder nein, von wegen, dass der, schnell vom, vom Boden wieder hoch springt, weil die Mechanik gibt's ja auch noch, ähm, und das war's auch schon, ihr könnt jetzt nicht zum Beispiel, den Gegner sagen, mach mal ein Blockstring, oder Blockstring into Grab, damit ich weiß, wie ich da, ausweichen soll, also wirklich, laben, könnt ihr hier, hier nichts, ihr könnt nur, Kombos und, und Setups vielleicht, Kombos und Setups, wobei, ähm, wenn ihr sagt, der Gegner, der soll entweder nur verteidigen, oder nichts drücken, der bewegt sich ja, währenddessen auch nicht, also, ob die Setups, dann wirklich, garantiert sind, sobald sie durchgehen, kann man auch nicht wirklich testen, deswegen, so, hier schön, Damage Anzeige, die kann man auch ausschalten, aber, das war's dann eigentlich auch schon, also, der hat wirklich, viel zu wenig zu bieten, ähm, ich hab jetzt zum Beispiel rausgefunden, also, das hier, vorne gleichzeitig, mit, ähm, den normalen Angriff, das ist halt wirklich der, Standard, Kombo-Starter, wenn der Gegner sich verteidigt, und der hat Amor, genau auch wie die Ulti, ähm, und jetzt, wie weiche ich dem hier aus, ähm, blocken könnt ihr das natürlich nicht, das gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, wie zum Beispiel, ihr aktiviert euer, erstes Awakening, ihr, ähm, benutzt euren Assist von wegen Escape, wo ihr halt zwei Bars benutzen müsst, oder ihr springt, springen bringt auch was, gegen Ultis, wenn, wenn ihr halt gerade sozusagen frei seid, halt, also, das hat schon seinen Sinn, und das hier ist dann halt, das, es, man benutzt es zwar nicht sehr oft im Kampf, man kann es auch natürlich für Offense benutzen, aber springen benutzt man zwar nicht oft im Kampf, aber, wenn man es nicht richtig einsetzt, dann hat man ganz schön verkackt, also, das kann euch wirklich aus der Patsche helfen, jetzt verstehe ich, warum das so, mager gehalten wurde, aber es bringt halt wirklich was, und, ähm, natürlich, wenn ihr seht, jemand ladet diesen Angriff auf, könnt ihr direkt mit einer Ulti dagegen gehen, weil er am Anfang Armor hat, und wenn ihr, ich meine, wenn ich hier lade, kann ich zwar rausspringen, aber, wenn ich sehe, der Gegner bewegt sich nicht, und dann bin ich eigentlich schon beim Ausführen, und dann während, also nachdem hier dieses Laden vorbei ist, der Gegner die Ulti ausführt, dann kann ich auch nicht mehr ausweichen, weil es gibt halt, Hitboxes, beziehungsweise Hurtboxes, ähm, dass selbst, wenn, ihr versucht, ein, euch durch ein Assist zu retten, dass es nicht klappen wird, ähm, Problem Nummer 2, wo ich denke, okay, das hätten sie besser machen können, sehr viele Charaktere haben, dieselbe Animation, was ihre Supers angeht, meistens die Level 2 super, also die ganzen, Wasserleute haben, das Wasserrad, ja, es, äh, hat verschieden viele Hits, macht verschieden viel Damage, hat, äh, eine andere Box, ähm, aber, dass, äh, dass die Animation wirklich, bei, ich weiß nicht wie vielen Charakteren, die gleiche ist, ich sag mal so, dieses Game hier, ist eigentlich, Naruto, Naruto Ultimate Ninja Storm, sie haben alles übernommen, nur das Design ein bisschen abgeändert, also, hier, wie das aussieht, und die Charaktere mit ihren Stimmen halt, mehr ist es im Prinzip nicht, und dann haben sie halt mehr Competitive Mechaniken reingehauen, so, ähm, ich wünschte, ich wünschte, das hier wäre ein bisschen einfacher zu machen, weil, wenn ich jetzt kämpfe, und ich gehe nach hinten, und ich erwarte, dass der Gegner dasht, wenn ich jetzt, ähm, hier, diese Richtung gehe, und dann das machen will, dann, weil das ja auch ein Forward Input ist, und ich das wahrscheinlich dann zu schnell gemacht habe, läuft er einfach weiter, anstatt überhaupt zu blocken, und ich kassiere einen String vom Gegner, obwohl ich ihn eigentlich nur parrien wollte, ähm, alles andere ist okay, die, das Scaling, die Damage, die war ja eben, so wie ich gesehen habe, in der Version 1.00, war das ja viel krasser, also, da konnte man wirklich easy TODs machen, das haben sie mittlerweile geändert, also, ich habe dieselben Kombos ausprobiert, und ich bin auf maximal, nur 80%, bei manchen Charakteren sogar 90%, aber keine 100%, also, das haben sie mittlerweile gepatcht, auch wenn das hier, nach ziemlich viel Damage aussieht, aber wie gesagt, meistens, fängt man ja mit einem, wenn man reindaschen will, also, die Damage haben sie schon gedürft, und das war auch nötig, ähm, man könnte sich jetzt darüber streiten, ob das Ultimate Awakening, ob das überhaupt nötig ist, weil, wenn der Gegner keine Ressourcen zum Ausweichen hat, und ihr habt, äh, diese volle Chakra, und volle drei Level, dann wäre das hier eigentlich schon, eine Verschwendung, anstatt, also, das hier zu machen, anstatt, direkt reinzugehen, ja, das hier nimmt zwar vieles ab, ich, ich, ich gebe euch einfach mal einen Vergleich, so, das nimmt ihr jetzt 80 ab, aber, dafür müsst ihr, müsst ihr, den Gegner erstmal treffen, dann seht ihr, wie schnell das vergeht, also, wenn der Gegner jetzt die ganze Zeit auf Defense spielt, und dann hat er noch, den vollen Assist so, dass er während der getroffen wird, ausweichen kann, dann habt ihr, umsonst, sozusagen, eine Bar verschwendet, so, dann habe ich, dann habe ich hier, ähm, drei, diese Bars da oben verschwendet, äh, also diese, wie, wie heißt das Ding, wie heißt das Ding, Technik-Bars verschwendet, drei Stück, und, ähm, mit einem, mit einem Defense-Breaker angefangen, sozusagen, und, ich habe dafür, ich habe dafür keine, kein Mieter dafür verschwendet, würde ich jetzt noch Mieter dafür verschwenden, ja, warte, ich habe nicht voll aufgeladen, je nachdem, wie voll man auflädt, desto stärker ist da natürlich der Angriff, so, 7, 3, ja, je nach Scaling ist es manchmal sogar besser, je weniger erhitztest du, mehr Damage natürlich, wie gesagt, ihr opfert dafür, zwei, zwei Mieter, und ihr müsst den Gegner erstmal treffen, und der darf dann auch nicht ausweichen, durch sein Assist, also, das haben die meiner Meinung nach, also, man kann es schon machen, aber, es ist unnötig, eigentlich, es gibt, viel, bessere Alternativen, die Alternativen sind so gut, dass man das eigentlich nicht benutzen sollte, dieses Blockstring into Grab zu machen, aber es funktioniert halt wirklich, es funktioniert halt wirklich, weil, das Ding ist, man hat zwar Ressourcen zu entkommen, wie zum Beispiel jetzt die Assist Hilfe, aber die Frage ist, aber das Ding ist, willst du wirklich deine Assist Hilfe, beziehungsweise zwei Assist Bars aufgeben, nur damit du einem Grab entkommst, ähm, der, das Awakening muss richtig getimt sein, und, wenn, wenn der Gegner, also, wenn ich das richtig gescheit ein, ähm, anstelle, so, dass auch keine Lücke dazwischen ist, dann kann der Gegner auch nicht sowas machen, weil er immer noch im Blockstring ist, also, das, das hat sich meiner Meinung nach bestätigt, dass das mit dem Blockstring into Throw, dass es da keine Throwbreak Mechanik gibt, dass das, das muss behoben werden, so, ähm, Oki gibt's hier nicht wirklich in dem Spiel, es gibt hier halt nur das Wake-Up-Game dann, von wegen, wie reagiert mein Gegner meistens, und was mach ich dagegen, und dann gibt's halt noch den Punkt, dass, wenn ihr, ähm, euch von euren Assist retten lässt, und nicht direkt danach blockt, das hier ist dann ein Guaranteed Hit, also der Dash-In, sobald ihr gesehen habt, okay, sein Assist hat ihn gerettet, und er blockt nicht direkt, oder versucht irgendwie hier dieses Perfect Parry, aber er hat's nicht on time geschafft, oder, weil die Recovery noch vom, vom Assist drin ist, vom Assist Rescue, dann, ist da, egal was ihr nach dem Dash macht, alles garantiert, weil er kann sich nicht mehr befreien, ich könnte dann theoretisch, weil er, weil er Assist-Helb benutzt hat, und nicht direkt geblockt hat, ähm, und, wo man dann am meisten, wo man wirklich, hauptsächlich, hauptsächlich, ähm, die Ulti verwendet, ist, so, sobald, sobald es ein Defense Break gibt, ob, ob ihr jetzt noch in der String drin seid, oder nicht, sofort Ulti, da wird die hauptsächlich benutzt, ähm, Assist, kann man zwar, wenn man nicht gerade reingehen will, benutzen, um, um, den Gegner sozusagen zu öffnen, weil ein besseres, Range Control Tool habt ihr in diesem Game nicht, und, hauptsächlich, was ihr macht, ist entweder dashen, wenn ihr wisst, okay, der, der macht, der wartet auf Perfect Parry, dann drückt ihr nochmal den Dash-Bab, und, und nach hinten, und dann bricht ihr den ab, und dann könnt ihr rein dashen, ähm, sozusagen Fake Out, also, äh, Bait, und was man noch benutzt, wenn man weiß, okay, der Gegner will reinhauen, hier, den Forward Plus Attack Button, ähm, in sehr wenig Fällen, trifft er komplett aufgeladen, wenn, dann, muss man ihn direkt raushauen, sonst springt der Gegner weg, er dasht weg, er grabt euch, oder, ihr kassiert eine Ulti, wir haben hier, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, elf Charaktere eigentlich, von Tanjiro gibt es, zwei verschiedene bis jetzt, äh, weil er Water und Fire Breathing drauf hat, das hätten sie aber, hiermit von wegen, anderes Kostüm machen sollen, dafür jetzt kein extra Slot gegeben, und alles, was danach kommt, ist, auch genauso unnötig, das sind, dieselben Charaktere, wie die hier am Anfang, bloß, sie haben was anderes an, und eine andere Ulti Animation, das hätten sie genauso gut, hier so machen können, das wäre ein und dasselbe, also dafür extra Charakter Slots, das ist eigentlich schon, ja, und dann sehen wir, es werden noch, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sieben Charaktere wahrscheinlich, dazu kommen, hoffentlich werden das, nicht irgendwelche Copy-Paste sein, weil, ich kann sagen, abgesehen, jetzt von derselben, Waterwheel Animation, ähm, Tanjiro Wasser, Nesuko, ähm, hier können, über den könnte man, schon fast, sich streiten, sie auf jeden Fall, er eigentlich auch nicht wirklich, Zenitsu auf jeden Fall, Inovski auf jeden Fall, der, der auch nicht wirklich, Gio lasse ich noch durchkommen, und sie auch, und natürlich, Kyojiro, so, das ist wirklich so, unique Characters sind, also, das die wirklich, ähm, dass man wirklich sich anders einstellen muss, je nachdem, welchen Charakter man spielt, die Hauptmechaniken, die man benutzt, die sind ja alle komplett, gleich, aber ich kann jetzt zum Beispiel, ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen, ich könnte jetzt, ich könnte jetzt, Tanjiro nehmen, und Basic, eine Basic Combo lernen, und ich könnte die mit, 80% des, restlichen Casts, hier, genauso machen, also im Prinzip würde das genauso funktionieren, bei, der einzige, bei dem das nicht wirklich funktionieren würde, wäre Zenitsu, weil er wirklich speziell ist, oder vielleicht noch Inosuke, aber alle anderen, ja, und das ist mein Problem, die Charaktere, die gleichen sich schon, allgemein zu viel, und dann gibt's hier auch noch größtenteils Copy-Paste, also das ist wirklich, kompletter Schwachsinn, das ist wirklich kompletter Schwachsinn, ähm, aber weil ich sehe, wie, wie dieses Spiel ist, wie das funktioniert, und mit, mit was für Gedankengängen, die da reingegangen sind, also das wird nicht das, das, das hier ist der erste Teil der Reihe, es wird noch Nummer 2, und Nummer 3 kommen, über Nummer 4 kann man sich streiten, aber je nachdem, wie weit der Anime geht, wird nicht dieser geupdatet, natürlich kommen hier vielleicht noch diese, restlichen, äh, sieben Charaktere als DLC rein, aber das hier ist nicht der letzte Teil, also da wird bestimmt noch Demon Slayer, Kimetsu, Kimetsu, Jaiba, äh, weiß ich, The Chronicles, ähm, Teil 2 rauskommen, auf jeden Fall, und dann noch ganz kurz zum, ja, machen wir zuerst Jäger-ID, hier kann man Profilbild und Zitat eingeben, von wegen was gezeigt, beziehungsweise abgespielt werden soll, bevor der Kampf zu Ende ist, und, was auch noch nach Beta-Phase schreit ist, ähm, man kann eine Lobby erstellen, das ist schon mal gut, man kann direkt in Ranglistenkampf gehen, und wenn keiner annimmt, bietet das Game auch an, direkt eine Lobby zu erstellen, und hier muss man, sein Main, sein Sub-Main, und seine Favorite Stage auswählen, und, die benutzt man dann im Ranglistenkampf, das heißt nicht, der Gegner nimmt an, ihr wählt eure Charaktere aus, und dann wird gespielt, sondern ihr wählt zuerst eure Charaktere und Stage aus, dann geht ihr in Ranked rein, und dann wird auch direkt gespielt, sobald ein Gegner gefunden worden ist, ähm, hier kann, hier ist halt Leaderboard, und hier kann man nochmal das abändern, und ansonsten kann ich sagen, ich hab jetzt, ich weiß wirklich nicht, ob es jetzt ein oder zwei Stunden sind, das seh ich dann noch, wenn ich zusammenschneide, aber die ersten, fünf, sechs Kämpfe, ähm, hat der Gegner gequittet, das war jedes Mal bei jemand anderen, aber bei den fünf, sechs ersten Kämpfen, die ich gespielt hab, hat der Gegner gequittet, weil er nicht verlieren wollte, ja, und sieht so aus, als gäbe es da keine Penalty, also da eigentlich auch ein deftiger Minuspunkt, so, ich würde sagen, dieses Spiel ist die 30 bis 40 Euro wert, ihr, hauptsächlich werden sich das Leute holen, die die Story kennen, deswegen werdet, könnt ihr ohne Probleme die Cutscenes skippen, nur im letzten Kapitel kommt halt noch was extra dazu, und hier ist noch das Movie drin, äh, ähm, nach den Hauptstory Kapiteln, die es bis jetzt gibt, ähm, das ist cool, aber die ganzen Cutscenes, und die Nebencutscenes, könnt ihr eigentlich alle überspringen, die haben es versucht, eins zu eins zu übernehmen, und dann gibt es dort halt Maps, wo ihr, ich weiß nicht, zehn Sekunden läuft, und dann ist die Map auch schon wieder weg, wegen der Cutscenen, also, der Story Modus ist eigentlich sehr mager, ihr macht das eigentlich nur, um Sachen freizuschalten, beziehungsweise Punkte zu bekommen, wo ihr dann manuell alles freischalten könnt, ähm, und hauptsächlich benutzt man hier den Trainingsmodus, beziehungsweise nicht den Trainingsmodus, sondern den, die Kampfübungen im Versus Modus, die auch, sehr mager ist, weil es, weil, weil man nicht einstellen kann, dass der Gegner dies oder jenes macht, entweder, er steht nur, er blockt nur, oder er kämpft als CPU gegen euch, und, offline hatte ich noch nicht die Möglichkeit, das Game zu testen, das soll auf, Playstation 4 anscheinend einen riesen, Lag haben, und, Online Modus, ist auch so, naja, also, dass die, dass man, dass man wirklich die Charaktere zuerst wählen muss, dass man die nicht on the fly direkt, ähm, auswählen kann, äh, dass die Gegner einfach so quitten können, äh, dass man dreimal rematchen kann, das finde ich gut, insgesamt dreimal rematchen kann, das finde ich gut, es könnte zwar, es könnte zwar, unendlich viel sein, aber wenigstens ist es nicht so, dass man nur einmal kämpft, und dann direkt keine Rematch Option gibt, deswegen, mit drei, insgesamt, das ist cool, so, dann gibt es halt noch, diese Probleme, von wegen man sieht auf dem Feld, nicht alles gescheit, wenn zu viel los ist, Okie bringt nicht wirklich was, weil es dann ums Wake-Up-Game geht, dieses Ultimate Awakening ist so, naja, dann gibt es insgesamt vielleicht, ich weiß nicht, fünf bis acht Stages, und, maximal zehn Charaktere, wo, sagen wir sieben Charaktere, mit Copy-Paste, und dann haben sie auch sehr viele, auch noch die gleiche Animation, also, das schreit alles nach, Teil eins, da kommt hundertprozentig noch ein Teil zwei, 30, 40 Euro kann man dafür geben, man macht einmal die Story durch, nimmt seinen Hauptcharakter, probiert ein bisschen in diesem Übungsmodus, und spielt dann hauptsächlich online, so, das war's dann im Endeffekt, Alter, ist das ein langes Video, das wollte ich jetzt nicht, aber, jetzt wisst ihr, Bescheid über das komplette Spielen, und so könnt ihr auch wirklich sagen, ok, lohnt sich das für mich, oder nicht? bis zum nächsten Mal.